Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch herzlich willkommen in Destiny 2. Heute gehe ich ja zum aller ersten mal in die sogenannten Widerstandsschlachtwelt in der ETZ. Da ist aber das Neue hinzugekommen. Ich habe kein Plastenschummer, was mich erwartet. Empfohlene Power 1600. Ja gut, das hat jeder von uns. Mittlerweile habe ich es ja auch geschafft, meine Power hier auf 1643 aufzukriegen. Und ja gut, jetzt sind es vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich den hier aufgetunt habe. 1651, ist das schon mal was? Ja, guck mal, da haben wir noch was parat. Ja, gleich ziehen wir los. Ich habe gerne mal die Vorteile. Ja, ich habe mein, naja, provisorisches Bild mal erstellt. Ist noch nicht einwandfrei. Funktioniert, so lala. Aber ein paar Schwachstellen habe ich drin, die muss ich noch ausmerzen. Muss richtig ausmerzen. Ich bin derzeit, wie ihr seht, wieder auf Arcus. Ich liebe Arcus. Arcus macht richtig Bock. Und ja, so sieht das jetzt gerade aus. Na, also natürlich Mobilität oben. Ich bin ein Jäger, verdammt nochmal. Ja, ich habe Arcus Sifon zweimal laufen. Mächtige Freunde, damit ich schön hier, ne, weil die Rüstung ist nicht so extrem. So, dann habe ich hier, ähm, ja, gut, Granatending, das könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr die Granaten, ne, die Disziplin hochschraubt oder nicht. Fokusangriff, Granaten, Kickstart und Fokusangriff. Funktioniert so? Ja, es geht, es geht. Dann hier, gut, Brustkorb, ne, Widerstand technisch. Ich habe da einfach mal Stasis, Widerstand, Solar und Leere Resistente reingekloppt. Hilft so ein bisschen, so ein bisschen hilft es ja schon. So, meine, Arcus Woge. Wer jetzt noch nicht so weiß, was ist Arcus Woge? Wenn du eine Sphäre der Macht einsammelst, erhältst du eine temporäre Rüstungsladung. Deine Arcus Laufen erhalten einen kleinen Schadensbonus, solange du eine Rüstungsladung hast. So, davon habe ich zwei extra eingebaut. Ich habe immer gelegentlich, äh, zweimal hier, äh, Rüstungsladung, äh, ab und zu gehe da sogar auf die drei nach oben. Finde ich sehr effektiv, sehr, sehr gut. Und, ja, so lässt es sich mittelmäßig nutzen. Und dann habe ich hier Innovation mit reingekloppt, da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt seinen Sinn ergibt. Ähm, gut, Granatenfähigkeit ist halt, ne, ein bisschen, ja, es geht ein bisschen schneller, ne, die Abklimmzeit. Aber trotzdem, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass das so, weil den Build hier, weil den Versuch hier Sinn macht, ne. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Na gut, dann wollen wir das hier jetzt mal anwählen, endlich. Und schauen uns die ganze Shows, man, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Entweder so Schlachtfelder wie damals mit den Psyonen, ja, war auch nicht schlecht. Oder so Schlachtfelder wie, bluh. Ich bin mal gespannt, ich habe keine Ahnung. Ne. Ähm, ja, ich war aber schon in Neptun, äh, oder Neptun, Neptun, äh, ja, Neptun, war ich schon ein bisschen unterwegs in der Gegend. Ähm, ist nicht so schlecht. Ich habe eine neue Waffe in die Finger gekriegt, wo ich auch, äh, das ist die dimensionale Hypotroschide. Ja, das mit den Bauplänen ist jetzt momentan deutlich einfacher gemacht, das ist ja, ne, da musst du ja gar nicht kaum was machen. Ja, die Waffe selbst ist nicht schlecht, aber es sind halt nicht so tolle Perks drauf, also, ne, einer für alle ist schon nicht schlecht. Äh, auf alles gefasst, aber es gibt deutlich effektivere Perks hier drauf. Ne, Hochgeschwindigkeitsgeschoss geht noch. Enge, ähm, ja gut, enge Schüsse, glaube ich, da war schon, da hört es schon so ein bisschen auf. Ah. Sie lebt also noch. Da bist du ja. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Hey, Defram. Gleichfalls. Ich hatte schon befürchtet, ich wäre umsonst hier reingeschlichen. Ziemlich clever, aber auch etwas riskant. Ich kann das nicht befürworten. Riskant? Hast du nicht mal eine Kabalblockade durchbrochen, nur um frische Eier zu besorgen? Du hast ja recht. Halt durch, meine Liebe. Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Wo genau in der Anlage bist du, Amanda? Ich bin im Zellenblock mit den Gefangenen. Der Güter kann meinem Funksignal folgen, um uns zu finden. Er ist auf ein kleines Hindernis gestoßen, aber keine Sorge. Er ist unterwegs. Oh, schön. So. Ihr seht, dass es funktioniert. Die Voraussetzung ist halt immer wieder, dass ich einen Akkus benutze und genug Sperren der Macht erstelle. Das ist die Voraussetzung. Dann funktioniert dieses Boot einigermaßen. Aber das ist noch nicht der Endstand. Also ich hab noch... Na, da muss ich noch ein paar neue Dinger freischalten, um irgendwie mal... ...Einstand drin zu haben. Okay, das sieht sehr interessant hier jetzt aus. Ja, ja, ich komm schon. Ich komm schon. Ich komm schon. Okay, die sieht so aus, als wären die schon länger hier. Also ich hoffe das schon öfters. Schöne Pyramide. Echt toll. So. Durchfläche ihre Linien. Haben wir getan. Da hinten sind noch ein paar übrig, aber irgendwie... Ja, keinem Klassenschimmer, was wir jetzt machen müssen. Müssen wir jetzt die da hinten wirklich noch killen. Nicht so aus. Das ist wohl die Voraussetzung. Oh, ich hasse es, wenn sie da immun sind gegen alles, was so existiert. Tatsächlich, wir müssen alle töten. Erst dann gehts weiter. Penibel das Game. Ich beginne, wie man es macht. So. Ja, da liegen natürlich eine Menge Speer in der Macht rum. Wenn ich jetzt hier wunderbar nutzen kann. Ja, übrigens. Die Dinger hier. Die müsst ihr wirklich kaputt machen. Also. Das ist jetzt schon öfters mal beobachtet. Und wieder einfach einen witzig geilen Schild. Die Bieste. Okay. Leider witzig. Oh. Aua. Au. Genau. Ich weiss ja auch nicht genau, wo die Dinger wirklich extra einschlagen. Also. Na. Ja, jetzt wissen wir es. Er will nicht sterben. Er will sterben. Ich weiss das. Er wollte drauf gehen. Unbedingt. trotz dieser rüstungsunterstützung für den kabalen aber ich habe noch nicht viel erfolgt erst mal hier die richtigen und alles mit einem rüstungsunterstützten dass man da richtig gut tanzen kann ok so das läuft jetzt ok wir müssen da hinten wie kommen wir da hinten hin einfach so mit dem sparrow ok wir werden nicht durch die wände in die pyramide eindringen sondern durch das gewebe der realität nutze meine macht und betritt die aszendenten ebene oh shit oh je oh je ich sehe es jetzt schon lauter grausame kreaturen die wir alles hassen obwohl das cool aus das sieht richtig cool aus Leute das muss ich dazu sagen sieht richtig cool aus ich muss zugeben ich hatte ein paar gute ideen für die gefangenenbefreiung durch eine alternative realität zu reisen war keine davon der hüter macht was im ernst je länger wir uns alle kennen desto seltsamer wird es vor allem so viel aufgetaucht ist oh ja meine lieblingsgegner ach ja ich liebe diesen kleinen scheiterverein und wie sich in 10.000 teile aufteilen unsere geschichten ja ok das ganze hier ist doch recht verstörend muss ich mal dazu sagen tja ok das ist auch nochmal eine stufe höher oh mein gott ok also man kann jetzt nicht gerade behaupten dass man hier nichts zu tun hat beseitige die besessenen Fäule und beschwöre an ihrer Stelle ein Signalfeuer tja würde ich gerne machen es wird diesen Ort feiern und die Dunkelheit ringsum vertreiben ok was passiert jetzt was erwartet uns jetzt ok da hoch leider kriege ich was die rüstungsladung angeht nicht mehr als 3 gebacken die basisverteidigung ist völlig verwirrt jetzt scheinen sie aber schwere geschütze aufzufahren um dich aufzuhalten etwas liegt vor dir es weckt eine erinnerung oder vielmehr oldrenserinnerung eine vertraute stimme sei vorsichtig eine vertraute erinnerung das ist doch nicht gut wenn der das so sagt verbanne diese besessenen Schänder sie sind nur leere Hühlen erfüllt mit dem Verlangen einer größeren Willenskraft vertraue deinem Licht dann können sie dich nicht aufhalten hm oh das ist wohl unser großer Pressgegner ja so ein Vieh habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen seit sie so ein biest den Gambit rausgenommen haben also lange nicht mehr gesehen ich glaube ok sieht so aus als du dieses äh Signal geben da das zu führen dass er sich äh anfangen zu sprechen das ist ich denn nicht ok also in gewissen Phasen muss ich noch arbeiten naja aber was soll ich sagen Leute das funktioniert doch ok 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 ich will jetzt nicht behaupten es ist zu easy gewesen aber wow ey oh das war jetzt schon nicht schlecht das war jetzt schon äh top geht aber weiter hm ich habe diese Pyramide stundenlang abgesucht aber keine Eingänge gefunden und jetzt marschiert der Hüter einfach so hinein das kommt auf den Blickwinkel an die Wände des Gefängnisses mögen undurchdringlich sein doch die zwischen den Welten sind es nicht ihr hattet noch nie großen Respekt vor Grenzen nicht wahr tja wer ist es ok du bist auf meinem Radar Hüter die Gefängniszellen sollten direkt vor dir liegen der Anführer der Wachen ist aber nicht ohne also pass auf dich auf äh ok ich glaube ich habe zu früh meine Suche eingesetzt egal wird sie schon irgendwie ergeben ok 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 ich habe kein Besitzender was sie genau meint aber ich werde einfach mal drauf achten ganz einfach oh oh ich merke gerade was ich verliere gerade Life ich muss in die Bubble aha das kennen wir doch irgendwo her oh wie hieß das noch Quellen irgendwas mit Quellen ne sehr interessant ach genau Ur-Quell oder so hieß die Schose also dann kann man sich hier nicht außerhalb verwegen los los okay das ist wie ein Partikel das du aufnimmst und das bringst du dann da hin oh macht er aber gar nicht mal der Festschaden okay das ist ganz gut durchdacht das würde ich nur behaupten das würde ich nur behaupten muss der mal langsam ja ist doch jetzt muss er richtig Damage kriegen schon richtig drauf auf ihn aber er hat wieder sein Schild also ne ist das eine langwierigere Eigenschaft aber trotzdem nicht schlecht ich werde trotzdem mal die Hauptbewaffnung hier wechseln ich habe gerade gemerkt ich brauche was ganz besonderes um ihn zu klatschen ja wir bekommen jetzt im übrigen keine Dingspoints mehr wenn wir jetzt hier ähm die Wache gelevelt haben ist ein bisschen schade es war ne man hat wenigstens so eine Art Belohnung rausgekriegt das ist jetzt nicht mehr der Fall man levelt einfach nur unendlich ähm ja ich weiß nicht vielleicht dann doch mal irgendwann mal hier was extra ja ja so das ist kein Besonderer das sehe ich ist denn hier einer da oben ist einer na na okay das Ding saft mich ein paar Sekunden guck ich ja so okay jetzt hat er noch ein bisschen mehr auf die Frette gekriegt aber sein Schild ist noch da dann hoffen wir dass die Belohnung ein richtiger Schadfrau wird ok das Teil ist erholt sich schon ok so oh ah da liegt eins ok ja noch einmal ein einziges Mal dann geht's so weit ein und hol's dir sicherheitshalber mach ich das da hinten auch noch für den Fall der Frette boah ja also die Escapare hier äh 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 das MG ist einfach noch immer noch Ulti so so jetzt schmeiß ordentlich und knack den Schad Schild na da liegt das für andere Teil ok ok seh ich schon irgendwie knapp das nicht so mit Schild knacken noch mal er wird noch misst ist der Schild offen und los geht's wo 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 Jo, hat doch geklappt. Mega fette Waffe. Okay. Na ja, Leute, war doch wunderbar, hat Spaß gemacht. Ah, cool, das ist ja neu. Okay, da kriegt man dann natürlich über die einzelnen Hüter hier Informationen. Na, das gibt Wertschätzung ab. Äh, wie soll ich das machen? Zeigt da eine Anerkennung, interagiere mit den Hütern oder Punkttabelle. Vollständigen Ergebnissen, äh, um da eine Wertschätzung abzugeben. Okay, wie soll ich das machen? Okay, ich hab keine Ahnung, äh, ich hab keine Ahnung, wie ich das genau mach. Ah, okay, Wertschätzen. Aha. Ah, so funktioniert das. Ah, Leute, das war jetzt zu spät. Man muss das erstmal rausfinden, ne? Das ist ja ganz geil. Also wir können uns gegenseitig eine zusätzliche Belohnung hinzufügen, indem wir uns wirklich speziell... Na? Das ist ja ganz geil. Oh. Sequenz. Oh, das ist aber ein toter Kabbald. Das war Klau-Krähe. Ich kümmere mich nur noch um diese... Guter Schuss. Guter Schuss. Direkt durchs Herz. Danke. Entschuldigung. Wir dachten, du gehörst zur Schattenlegion. Kein Wunder. So robust wie ich bin. Du verlässt uns schon wieder? Schraubst du auch mal runter? Nö, nicht, wenn noch so viel zu tun ist. Amanda. Als dein Schiff. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh mein Gott. Dafür haben wir keine Zeit. Ich bin ja hier. Machen wir weiter. Läuft da was zwischen die beiden? Das wäre natürlich genial, ne? Schätzungsweise läuft da was zwischen den beiden. Nur, dass sie einfach, ne? Für die entsprechende eine Sache einfach keine Zeit hat. Die will einfach nur Action, Action, Action. Ja, gut. Es ist halt jetzt sehr dringend, sehr wichtig. Aber Leute, jo. Vorsicht auch mal für die schönen Dinge. Einfach mal entspannen. Allein schon das. Geht sie so nicht hin in die Helm, schätze ich mal. Ja. Automatisch in die Helm. Da ist dann diese Nachbesprechung. Ja, gut. Ziehen wir uns die Nachbesprechung nochmal rein. Allerdings werde ich nochmal am Stimm-Sound rumschrauben. Ich hatte das ein bisschen runtergeschraubt. Wegen der Musik. Die war so schön. Aber dann hören wir uns das jetzt mal hier an. Nicht jetzt mal, da wird jetzt was. Oder? Nein? Na doch, 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 doch. So. Ich kann meine Belohnung nicht aufnehmen. Scheiße. Ich kann vieles nicht machen. Okay, Leute. Müssen wir schon wieder Waffen unterbringen. Ja gut, ich hab, obwohl, warte mal. Ich hab die neue aufgenommen und hab sie, ne? Es ist eigentlich nicht schwer. Ich wusste jetzt auch nicht genau. Ich hab ein bisschen mit ihr gespielt. Dann hab ich einfach, ne? Rechtsklick gemacht. Da war hier dann dieses übliche Symbol, was ihr so kennt. Ähm, so, das kann ich jetzt mal weg, weil es sind keine sehr guten Perks. Oh, krass. Nicht schlecht. Ein Schiriculus ist gedrobt worden. Mann, 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 Mann. Jetzt geht's hier richtig hoch, ja. Im Übrigen, hier ist irgendwas, ein Gramm-Tracker, ja, da bin ich jetzt noch nicht so ganz, ne, vertraut mit. Da hab ich keinen klassen Schimmer. Übrigens, beim Kryptografen könnt ihr euch, falls ihr das vorher hattet, könnt ihr euch eure Aszendentenlegierung, ah, entschuldigt wegen dem Hintergrund mehr, halt aus, mach hier einen Vogel rum, ähm, wieder zurückholen und Aszendentbruchstücke, irgendwie waren die nämlich aus meinem Inventar verschwunden und dann auf einmal konnte ich sie dann aber wieder zurückholen, ne? Ja, kein Klassen Schlimmer, warum? Was war das jetzt nochmal? Resonanzlegierung, ja, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt noch brauchen. Sind die überhaupt noch, äh, von nöden? Puh. Steht in den Sternen, steht in den Sternen, ne? So, mal gucken, was dieses Schwert so mit sich hat, also da, da bin ich jetzt mal gespannt. Gucken wir uns das Schwertchen mal an. Hint ja schon irgendwie geil aus. Okay. Das ist unsere große Quest-Belohnung, ne? Erwachte Königin, äh, Garde. Gucken wir uns mal die Waffe an. Aber jetzt geht's jetzt ja schon wieder auf, das ist ja eine Katastrophe. So, was haben wir denn da? Ladungen, äh, nachdem sie Verbündete durch Wiederbelebung, okay, Heilung, Überschilde oder Fokus-Buffs geholfen hat. Das Besiegen von Zielen verbraucht Ladungen. Wenn sie geladen ist, erhält diese Waffe einen Bonus auf die Handhabung und das Nachladetempo. Oder eine erhöhte Ladezeit für Schwerte. Sieht aber trotzdem geil aus. Sieht irgendwie aus wie so, ja, großer Kristall, ne? Großer Kristall halt. Ja, hübsch, hübsch. Ah, ich werde mich gleich drum kümmern und mein Power-Level hochschrauben. So, und wir haben sogar hier einen Rang erreicht langsam und cool. Ich krieg gleich, äh, in Strang-Format, ne, meine erste, erste neue Waffe hier von denen hier aus dem Tisch raus. Gucken wir uns das Baby mal schnell an. Weil, das passiert ja auf Strang und, ja, ich hab keinen blassen Schimmer, was diese Waffe so kann. Hä? Schon im Winter. Tatsächlich, da ist sie. Also, erstmal muss ich sagen, vom Aussehen her erinnert sie mich an, äh, eine andere bestimmte Waffe, ne? Vom Aussehen her, ja, das sieht wirklich gleich aus. Aber gucken wir uns jetzt mal die ganzen Daten da an. Okay. Jo, gut, ich setz mal, das sind nicht die besten Perks. Obwohl, Demolierer ist gut, Hüft, ja, Hüftfeuergriff, mh, so eine Waffe nutze ich eigentlich nicht in Hüftfeuermanie, sowas, ne? Wenn ich ein Zielfernrohr habe, dann nutze ich das auch. Ähm, okay, edle Taten ist da drauf. Okay, das haben wir ja eben schon rausgefunden. Jo, sieht aber irgendwie nice aus. Erinnert mich aber an, ach, wie hieß die noch? Ich hab den Namen der Waffe vergessen. Wir gucken mal im Dressort, vielleicht hab ich davon sogar noch eine Üfisch. Das kann ja, äh, sein. Ich weiß, das war so eine Akkus. Ähm, oh, das ist lang her, Leute. Das stand denn noch, ich weiß gar nicht mehr, welche Season das war. Nee, ich find's auf Anhieb, find ich's jetzt nicht. Doch, da, 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 da haben wir es. Grüß, äh, Krisura Melo. Guckt euch das mal an. Das ist die Krisura Melo. Ja. Und das ist jetzt die neue Waffe. Perpetualis. Sorry, aber das ist dieselbe Waffe in meinen Augen. Die selbe Waffe nur mit einem anderen Skindesign. Das war's dann aber auch. Apropos Skindesign. Was kann ich denn da draufpacken? Okay, also das oben hier, das verändert nicht die Farbe. Äh, das sieht ja dann hässlich aus. Äh. Nehmen wir mal den Weihnachts-Shit drauf. Oh Gott. Okay, ich werde blind. Also, ja. Okay. So viel dazu. Ja, gut. Also, der beste Perk-Zusatz habe ich jetzt nicht hier rausgeholt. Aber, na, jetzt geht die Wilde Jagd wieder mit dem üblichen los. Im Übrigen, äh, für alle Vorbestellern, na, mit der Quecksilbersturm. Die ist gar nicht mal so übel. Ja, gut einsetzbar. Ähm. Aber so richtig Bock habe ich auf sie doch nicht so. Da macht mir der Bogen deutlich mehr Spaß. Ich hatte nur anfangs Probleme gehabt beim Bogen. Mit dem Visieren. Normalerweise ist dieses, äh, Zielkreuz oder Kreis oder sonst irgendwas so mittig gelegen, ne. Irgendwie so. Und das Ding ist da ein bisschen höher. Bin ich ein bisschen auf was anderes eingestellt, weil, na, ich arbeite ja auch mit dem, dem oder den. Und, ja, da muss man sich so ein bisschen ungewöhnen. Aber ansonsten, ja, läuft's. Läuft's einmal frei. Na gut, Leute, da hatten wir schon unser erstes Schlachtfeld-Ding. Ist gar nicht mal so schlecht. Und, ja, die Voraussetzungen sind, na, nicht übel. Macht schon irgendwie Bock, ne. Macht schon irgendwie Bock. Na gut, Leute, dann das war's. Ich hoffe mal, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Wenn dem so ist, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten, ich wünsche euch allen noch viel, viel Spaß hier in Destiny 2. Sehen wir mal, was diese neue Season, dieses neue DLC namens Lightfall uns alles bringt, ne. Ist ja schon viel, ja, schon einiges. So einiges. Und trotzdem sind viele Titans noch traurig darüber, dass eine bestimmte Wüstung so genervt worden ist, dass das Ding uns los ist. Das tut mir auch leid. Es tut mir leid. Ja. Naja, was soll's. Yo, alles muss sein, Leute. Ciao.